Ja, ich muss nur meine Mitarbeiter ein wenig beschäftigen, weißt, dass die auf blöde Gedanken kommen. Ich bin schon gespannt, ihr dürft auch gespannt sein, schaut euch das Video an und bis zum nächsten Mal. Der Erdstein, der muss ein wenig Gas geben, aber ich tun ihn auch ein wenig anweisen, dann wird das schon. Was ist denn jetzt mit dir los überhaupt? Schaffst du das heute noch oder? Aber du musst mir mein Messer dann nachher noch bringen, das lange. Jetzt muss ich doch aufdrehen. Also manchmal kann ich dich ja noch schlagen. Also was du für Aggressionen hegst, ich würde mich da mal untersuchen lassen, also muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Hey, ich hau mal einen rein, wo hat er die jetzt dann hin? Was ist denn für die Cheese? Für die Cheese Steak Sandwich. Für die Cheese Steak Sandwich. Was ist denn das überhaupt? Das ist ein Steak? Ja. Auf einem Sandwich? Wow. Mit Käse? Nein. Wie geht ihr? Die Cari war jetzt das zweite Mal da. Wollt ihr sie noch öfter sehen? Ja. Nackt. In die Susten. War Spaß. Also das ist nicht so unsere... Rein bummst. Wo ist die Peitsche? Was? Ich habe echt Druck heute. Aber richtig. Nicht nur so ein bisschen Vorsorgeimpfung, sondern richtig gebummst. Wenn du zu mir kommst, brauchst du nie Frischstücken. Du musst das mal überlegen. Der laufende Duden. Ercan Yildiz. Ercan Duden Yildiz. Was ist da los? Egal was... Nicht... Also... Sogar genau. Ja. Ja. Achso, nein. Nein? Nein. Ich bin der Dirk Freiberner. Hallo, ich bin die Cari. Oh Gott. Hallo. Mein Name ist Cari. Und jetzt fällt es mir gerade ein, aber ich weiß gar nicht, warum ich heute da bin. Okay. Jetzt probieren wir die 124 Ochsen unter. Schreibt es mir in die Rouladen. Na ja. Vielleicht passt ja keiner auf. Okay. Auf Wiedersehen. Wenn wir es kennen, dann kennen wir es. Und wenn nicht, dann kennen wir es danach. Danach. Ich hab mich verschluckt. Ba-ael-el-el-el-el-el. Alles klar. Ich würd. BACON, BBQ, bumm! BACON, BBQ, bumm! Habe ich dir übrigens schon erzählt, ob das Tumit von euren Grundstagsfeier Weißgusschen und Bratwurst in der Führung stellt? Ja, wenn du das sagst. Wie viele Leute kommen, zwei?